Hi, ich bin Exocon, willkommen auf meinem deutschen Hauptkanal Exocon Main und zurück zu HiOnLife und zwar in dem Knifey DLC. Ich habe mir auch schon ein passendes T-Shirt angezogen, was man leider nicht so gut sehen kann. Ein bisschen Freddy Krieger Style. Der erste DLC, keine Ahnung ob es der letzte sein wird, vielleicht. Er ist nicht lang, wir werden zwei Folgen draus machen und wir legen auch schon direkt los. Wie kommt ihr zu den DLC? Er kauft den auch über Steam zum Beispiel für die 14 Euro rund, roundabout. Und dann ist er auch schon im Hauptmenü, sobald ihr das Spiel startet. Also ihr müsst das Hauptspiel installiert haben, damit der DLC funktioniert. Ist ein bisschen doof, aber ist halt so. Und dann ist es hier auch schon direkt HiOnLife, Knifey. HiOnLife, HiOnLifey. Also, wenn Sie diese Bedingungen akzeptieren, stimmen Sie zu, dass Maxalon Shipping CO nachfolgend Maxalon alle Rechte an ihrem Abbild sowie allen Fotos auf ihrem Telefon erhält. Oh, das ist geil. Sie stimmt zu, dass Maxalon ihre Daten insbesondere zum Belustigen, Ansehen lachend mit anderen teilen wird. Sie stimmt zu, dass Maxalon ihre vollständig erweiterten Browserverlauf an allen Nummern in ihrer Kontakten schicken kann. Ja, Maxalon erhält sich für alle Zeiten das Recht an ihrem Erstgeborenen und allen weiteren erstgeborenen Kindern in ihrer Blutlinie vor. Das ist okay. Sie überlassen sämtliche Kreditkartendaten unserem patentierten Maxalon Algorithmus Service, der nach eigenen Ermessen alle künftigen Einkäufe für sie tätigen wird. Das ist auch natürlich beruhigend, weil muss ich mir weniger Kopf machen. Sie stimmen außerdem, unsere Maxalon Prime Elite-Mitgliedschaft für 400 Dollar monatlich abzuschließen, die so fantastische Vorteile bringt wie schnelle Lieferung von roten Artikeln und wir bekommen auch ihre Zweitgeborenen und all ihre Ehepartner sind ab sofort unsere Ehepartner. Habe ich kein Problem. Fehlt das auch für Ex-Ehepartner. Falls sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, werden sie in zwei bis drei Werktagen von einem Maxalon Terminierungsingenieur besucht, den sie schnell und effizient um die Ecke bringen wird, egal wo sie sind. Akzeptieren. Na, aber hallo akzeptiere ich das. Was wäre das für eine Welt? Ich hoffe, der Thron ist okay. Werden wir gleich sehen. Zwei Jahre Spiel. Oh. Hier ist das Glück. Hat er sich gerade... Hat er den Mikey-Jackson-Move gemacht? Wer ist die Tante in meiner Hand? Okay, okay, wir gucken uns mal das Recap an. Starke Drohne. Und sie haben sie auf dem Black Market. Aber eine von ihnen zu verabschieden mit ihrer Frau, haben sie einen Bounty Hunter genannt, Gene Zaruthian, und sie lernen, wie zu kämpfen. Yada, yada, yada. Sie haben den Tag gesucht. Garmantius ist tot. Die Erde ist jetzt eine safehaven für Menschen und Gatleons. Die Bounty Hunterin ist MIA. Und sie haben eine ihrer Beine verloren. Ist das genug? Kann ich das Wetter jetzt? Jesus. Ist das genug? Ist das genug? Kann ich das Wetter jetzt? Jesus. Ich liebe es einfach, das Wetter. Das ist das, was ich. Die Fernsehsender waren ja schon im Hauptspiel. Genial. Steven ist aber auch so ein Name wie Sam oder so. Also nichts gegen Wiedermann, ja? Die Fernsehsender waren ja schon im Hauptspiel. Es ist inhumane. Gott! All right. Jetzt für das Wetter. Es ist heiß heute. Bye, everybody. Der Fernseher ist wieder aus. Go on. Turn in the Bounty. Oh Gott. Ja, wir gucken uns jetzt mal kurz die Hütte an. Also in zwei Jahren habt ihr das Ding so zerlegt? Wow. Wow. Wo ist denn unsere komische Wo ist unsere komische Schwester? Mein Gott. Okay. Wir geben das Ding ab. Mein Gott. Was ist hier passiert? Was ist mit meinem Zuhause passiert? Wohl Kopfgeld ab. Dr. Kilmore Copperbrack Mount Volkamax Ein böser Wissenschaftler der sich selbst ein Wachstumserum initiiert hat wird von acht verschiedenen Ermittlungsbehörden gejagt Ja, komm 10.000 Wohl ab. So, how was that Bounty anyway? I feel like we haven't done anything really big and exciting since the G3. Except maybe that Colonel or the time we had to blow up Evil Earth. Yeah, I know what you mean. It's just the same shit every time. Stab this, knife that. You know, I'm just... I think I'm depressed. I think the first time... The first adventure was better anyway. I don't know if we can top that. Ah, hey, Knifey, that reminds me someone tried to drop off a package for you. A package? For me? Knifey? The knife? Yeah, I didn't answer the door because I don't have legs and I didn't want to. They left a note though. It's on the fridge. To the fridge, bounty hunter! Now! To the fridge, we go! Let me have a sneaky geese of that letter. Hmm. Greetings from Muxelon Delivery Services blah 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 blah. Sorry we missed you. Yadda 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 yadda. You can pick your package up at our distribution headquarters. Yeah, shut up! Wait a tick. The sender! It's from... Bounty hunter! We have to get that package now! You better hurry then. Muxelon HQ is a mobile facility. I bet they're stationed on Paroxys for a few cycles if they're delivering packages in this quadrant. I guess I'll just punch in the package as a new bounty. That's the only way I know how to do this. Get ready, hunter! Time for our greatest adventure yet! Mine! Knifey's big break! Take us to the Bounty 5K! Oh mein Gott. Der DLC dreht sich ja vor allem um das Messer. Naifi, deswegen auch der Name. Wir sind ja jetzt acht Minuten hier im Ding. Rund acht Minuten und es geht hier wieder voll ab. Okay, ähm, funktioniert das Ding jetzt endlich mal? Hat doch nie funktioniert. Er hätte noch mit Dings gequatschen können. Ich bin famous. Okay, äh, nee. Länger wollen wir das nicht uns anhören. Hm, Knifeys Paket. Wir gehen rein. Wir gehen rein und geben sowas von Gas. ein bisschen Typen abschlachten. Aber der erste, also das Hauptstil, das war ja, es war nicht perfekt. Es war ja wirklich Rick and Morty Staffel XY, aber es war so viel Frische drin, so viele coole Ideen und was sich die Entwickler getraut haben. Paroxys. Paroxys, your mission is to help me find a tiny little box with my name on it. Now go, have fun. Eh, you. Welcome to Paroxys. Let me greet you. Seriously, get over here. Mein Gott, sieht das trist aus. Reise kam. Ja, wieso nicht? Hauptsache, wir finden unsere Schwester irgendwann. Läuft er jetzt echt auf mich zu? Ich will nicht. Geh weg. Die wollen doch wieder anpassen und kuscheln und so. Hat einer von euch Valerian den Film gesehen? Am Anfang, wo der Planet zerstört wird mit den Alien, mit der Alien Spezies. Das sah doch genauso aus. Oh, er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Ja, komm her, Junge. Komm, lass uns knutschen. Okay, danke, für mich zu begrüßen. Grüezi. War das so hart? Hehehehe. Oh, wow. Du klingt echt krank. Sind du okay? Ich assure dir, ich bin okay. Willkommen zu Paroxys. Hier findest du eine Quaint-Planet, voll von wimsy und artisanal Charme. Und du best sicher, die Krundjewel Paroxys. Salt Lake City. Femous for all. Wo ist das Muxerland Hauptquartier? Was ist Salt Lake City? Geht es dir gut? You seem really sick. Are you sure you're okay? I feel like you're probably dying. Oh, you think I'm sick? What? Because I'm on a cough and I drive in the shock and bearable stomach pain and the blood in my piss. Well, let me tell you. There's blood in the piss. I'm fine. I'm not sick at all. And if I was, I just need more Salt. Our Slugs love Salt. We eat it every day, so we don't get any more sick. It's our full proof Slug-Plan. Right. Yeah. Tell us about Salt Lake City. Come on. Give us the whole deal. Crossroads of the Western Corkscrew Nebula. What's known for the beautiful and sacred native Paroxian culture and art. And it still is. Also, it's absolutely covered in Salt. Full of friendly sluggy faces like mine. We're all sick. All the time. Just a bunch of friendly sick slugs. I hope that we get back with a Karcher from the jacket that I wear. Do you mind if I cut this answer short? I need a minute. Ah, shut up. How do we get to Muxlon HQ? I got me a package that needs slicing open. Oh, the big fancy ship out yonder. I'm sure you've seen it. Not so easy to get to as you might think, surrounded by toxic water. Only the duffel will go in and out of there. Maybe Sam down at the ranch can help you. Fine. Where's this ranch? Eh, it's a bit of a hike from here. Couple islands over. Maybe head over to town first and get your bearings. Oh yeah, go on ahead. I need a minute anyway. When that micro kurz gestumpt is, reden wir nicht weiter drüber. Der Typ ist echt suspekt. Ja, Micro und so, Ton. Das Spiel ist sehr komisch, weil ich habe eine Kanalaufteilung. Spielsystem. Hand over your values. Give us all your shit right now. Okay, but you're shooting at us already. Ask us to hand our stuff over, before shooting at us maybe. Habt ihr das gesehen? Ich geschieße netzer. Come on, stop doing that and give us your money. Venmo's fine. Wieso kann die das, was Kenny kann? Wo ist Kenny? Venmo? Ask. Punctur. X, X. Punctur. Gegenstand erhalten. Dura Shield Pickup. Dein Kopfgeldanzug regeneriert. Deine Vitalwerte automatisch, nachdem du Schaden erlitten hast. Dura Shield Backups können von Gegnern fahren gelassen werden und gewähren einem deinem Anzugsversicht seinen normalen Gesundheit noch etwas Bonusschutz. Achso, über die Leiste hinaus. Obst du das gesehen? Okay, die sind auch tot. also die Netze sind echt ein bisschen... Okay, die lassen das Zeug fallen. Hunger. Klappe. Und da ist noch einer. Ist ja voll hier die Insel. Party Insel. Ja, bin wieder zu Hause. Mami. Ja, 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 ja. Also die Kämpfe waren ja nie herausfordernd in dem Spiel, aber sie hatten Spaß gemacht. Okay, genau, das ist das, um die Waffen aufzuladen. Was macht denn da komische Grafikfehler? Okay. Hm. Ah, da, Power Source. Okay. Solar Panels. Warte. Genau, so lief das ab. Inhalt von Schachtel-Fan. Okay. Salt Lake City. Salt. Ja, never mind. Ich fühl mich schmutzig. No clue why. I'm sure it'll let up soon. Just gotta keep up the old salt regimen. Nothing that tastes that good can be bad for you. Langsam. Das sieht ein bisschen aus wie aus Episode 1 Star Wars. Tatooine. Interessant. I'm sure they'll live. They'll be fine. Interessant. Hello again. Greetings. I am beckoning you. You are beckoned. Do not disrespect my beckoning. Alright. Nice town. Lots of fun. But we got our fill, yeah? Time to move on and find my package. Oh my god. You want to play collector the allocating with me? For real? Please. Let me give you a card to welcome you to our community. Gegenstand erhalten. Barfassade. Säuretyp. Säuberung. Lege dein ganzes Deck auf den Boden ab und gehe dann, ohne es sauber zu machen. Strahlkotzen Monster. Windbazerfahrt. Nicht gerade kotzt. Hört er gern klassische Musik. Allerdings kommt das so gut wie nie vor. Oh, thanks, but I don't really mess with these collectible card games. Not predatory enough for me. Don't overthink it. Just get a full set of nine cards and come back here so we can play. It's such an amazing game full of rewarding depth and beautiful art. You play as a powerful and rich wizard entrepreneur obsessed with amassing a giant collection of the multiverse's rarest and most powerful creatures and you battle them to destroy other magical trillionaires' collections and naturally defend your own. I know. It sounds amazing. Just find some way of calming yourself down like I do. Otherwise, you might get too excited. Oh boy, I'm getting too excited right now. So wie die Anniversary Edition von Magic the Gathering. Letztes Jahr. Was ist dieses Jahr? Dieses Jahr? 2023. Ich hab niemals Ja gesagt. Das wollen wir festhalten. Woah. Look at that poor healthy bastard. Er hustet gar nicht. Okay, ähm. Okay, so here's something you actually might not know about Muxilon shipping company. They repurposed Sam Schnott's old Duffalo Ranch to be their own proprietary cargo transport system. And when you think about the logistics there, that's really impressive. Ja, ja, bla bla bla. See you later then. Salt, 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 it's... You must be here to learn about salt. Ah, salt. Those yummy little crystals that have been with you, surrounding you, since the day you were born and will be with you until the day you die. Why would salt hurt you? It's family. Look, I'm just gonna say it, salt kills slugs. Careful, I can sue you for making such dangerous insinuations. Wieso ist der orange? Ah, das war so wie im Hauptspiel. Also, äh, im ersten Spiel, also im Hauptspiel, gab es ja die Möglichkeit in der Stadt. Ähm, im Hauptspiel gab es in der Stadt eine Telefon, äh, Telefonzelle, da konnte man ran und entweder man hatte Trump oder Nancy Pelosi dran. Was ist denn mit der los? Was ist denn mit der los? One, two, three, four... Oh, greetings! Welcome to St. Lymax Memorial Hospital. I'm the administrator here. As long as you're in our network, go ahead, lick some salt, make yourself at home. Don't mind me, I'll just be here counting all my money. What? Oh, bye-bye then. Hey there, Sudo here. I've been doing research on... Hey, hey, you, bear me, Anna. Find my package. Do it. Find my fucking package. Now! Frage ist doch... Was ist jetzt ausgegangen? Wir haben etwas gedrückt. Etwas ist passiert. Ist gut. Was? Okay. Oh, thank God, you picked me. I was scared I'd never get to see you. Wartet, wartet, wartet. Also es gibt ein Rohrsystem. Ja, also die Pickel, die kommen und gehen. Wir gehen jetzt einfach mal. Das ist ja echt suspekt. Wieso kann ich nicht einfach dort? Vielleicht ist es da für uns. Vielleicht ist es. Vielleicht ist es einfach. Vielleicht bin ich gebrochen. Wer weiss, wer weiss. Willst du da gehen? Ja, also wir haben, wenn ich T drücke, den Scanner, dann seht ihr hier diese Leitung. Der weiß da schon, was da passiert. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Punkt hier. Ja. Postkarte, Sparkles Grotte. Eine Postkarte, die eine Höhle auf Peroxis zeigt. Bestätigen. Abgeschütztes Schiff. Postkarte, abgeschütztes Raumschiff. Eine Postkarte mit der Abbildung des abgeschützten Raumschiffes auf Peroxis. Dankeschön. Wir werden das krasse Schiff sehen. Also Peroxis ist der Planet, auf dem wir gerade drauf sind. Wie geht es denn, für einen Schlag von lokalen Charme? Hockbug Bay ist wirklich schön, dieses Jahr. Geh einen Reisen und genießt die unigene Fauna. Hockbugs. Und Franz Spires. Eine Postkarte mit der Abbildung zweier Feldinformationen auf Peroxis, die angeblich aussehen wie küssende Schnecken. Jetzt werde ich träumen. Weil sie uns erinnern, dass zwei Schnecken mit Tung besitzen. Und es gibt ein Planet, die sich in der Fransch. Ein kleines Zeichertes, wo sie mit Tung besitzen. Ich habe es selbst gesehen. Cool! Ich will meine Tung in die Rücken, auch wenn das okay ist. Okay, du bist raus. Das ist bestimmt eine Christbaumspitze. Das ist gut. Ich bin sehr froh. Oh, shit, du bist nicht ein Schlag. Sorry, ich bin nicht weinig. Ich dachte, du bist ein Silf von weit entfernt. Ich verstehe, was das heißt. Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir etwas in der Lassen Fountain für dich. Dig mal in da und füllen. Dann werde ich dir die Rücken. Wir grabschen uns jetzt einfach irgendetwas. Wir grabschen uns jetzt einfach irgendetwas. Oh, das ist Ball. Es ist ein Akronym. Ich weiß, was es steht für. Aber sie operieren die Rücken für dich. Und schießen die Balls. So, da geht's. Es braucht nichts für nichts. Es schießen die Balls. Du bist bereit, wie sie es benutzen? Ich zeige dir. Mega. Wow. Wow. Der Ball kommt auch wieder zurück. Zurück. Cool. Pinball. At its finest. Ich will ein bisschen nachladen. Das ist ein bisschen. Oh. Okay. 2.000er Marke. Ich mag immer noch die Christbaumspitze. Aber komm, okay. Okay. Wir sind da hoch. Ich nehme mal hier die Treppe. Do not go fast. Low Slugs. Gut, dass wir das geklärt haben. Oh, Höhe. Ich glaube, wir kommen gar nicht höher, oder? Doch, 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 doch. Wir kommen höher. Gibt es hier irgendetwas? Aber wir haben einen wunderschönen Ausblick. Da kam er her. Irgendwo in Sichtweite. Da ist der Typ. Wo diese zwei küssenden. Ja, da sind sie doch. Das sind die zwei küssenden. Ihr wisst schon. Schleimis. Schnecken. Und das müsste das abgestürzte Raumschutz sein, oder? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir müssen da erstmal runter. Wow. Okay. War ja echt schon fast Angst, wenn der Ball zurückkommt. Wahne den Weg zum Mucksalon. Oh. Not bad, Ball. Welcome to the team. Ar... Are you serious? How'd they get here? Do they stole away in some packages? sind die unendlich ich weiß danke ob ich hier einfach nicht mich verdrücke okay also die pinball kanone ist schon mal echt nicht schlecht ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr zu dieser ich bin ich bin und nicht mehr von ihr ihr habt sie sie sind sie sie nicht das ein nicht mehr voll quatsch okay wir sind jetzt hier bringt uns das jetzt okay wartet war das hat das sah gut aus das sah gut aus das sah gut aus wieso konnte sich andocken jetzt ging es der methoden paket zange müssen immer noch jetzt müssen wir echt rüber okay und wir haben ja unsere metall ja stimmt das hatte ich ganz vergessen wir haben ja unsere metall stiefelchen geht da geht es lang wo geht es denn hin weiter höher die waffe ist mir suspect die 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 Das war's für heute. Ja, geht doch. Broid Cove. Was war das denn für ein Vieh? Ich muss hier weg. Kommt. Fisch. All die R&R's. Da went krill... Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Boomer ist noch eins. Ich will nicht gleich Freakin Trick Haul nutzen. 1 HP, 1 HP, ich sag's euch. Wo ist jetzt das Vieh? Da hinten. Das war's. Das war's. Das war's. Hier bin ich. Frisst meine Babyviecher. Okay. Sie ist ein bisschen leise geworden. Hatte sonst immer so eine große Klappe. Hm. Oh, wow, look at that, big fella. Bet he can help us. And if he can't, I bet he's real nice to stab. Ah, remember that? I do that, too. All right, Knifey, spill the beans. How's this package we're looking for supposed to get you back to your home world? Did nobody fucking look at the return address? It was sent from my home planet. But those good-for-nothing mucks along delivery fucks smucks the full ordnance. So, you don't know your own drinks. Yeah, fuck. I don't know how to get home. You got me. I woke up on planet one night after a fuck-filled blood-soaked evening and I never found a way back. Oh, fuck, I miss it. Okay, wir suchen einen Planeten mit einem Messerblock. Äh, hat der das gesät? Oh mein Gott. Irgendwie machen meine kleinen Babys zu, wenn ich damage. Aber ich mag sie immer noch. Nein, es ist tot. Time close, good to go. All right. Auf Wiedersehen. Herr-ifer. Thy-a-sit? Harなら hear. Okay. Ich finde es nur, falls es ein bisschen vom Ton her übersteuert hat, tut es mir leid, im Eifertes Gefechts geht es halt einfach rund, nur, ich verstehe gerade nicht wieso die Waffe so übermächtig ist, also klar es ist eine neue Waffe. Aber trotzdem. Schon echt krass. Man muss zwar Nahkampfreichweite, damit die Pinball immer wieder schnell zurück schreiten kann. Aber trotzdem. Okay, wir suchen uns jetzt mal den dicken Typen hier. Ich fahre den Weg zu Maxalon. Ist der Typ Maxalon oder ist der Typ keine Ahnung was? Das erinnert mich wieder an das fünfte Element, an das Raumschiff am Anfang was abgeschossen wird, was eigentlich die Heilung bringen soll und dann kommt das fünfte Element da raus. Also hier, die Welt retten. Nur noch kurz mal die Welt retten. Ich mit Toxo. Okay, das ist Toxo. Er hat etwas Toxistisch an sich. Aber immerhin hat er einen geilen Whirlpool. Oh, hello there, Freunde. You say you need help getting to Maxalon? Oh, baby, I can absolutely help you. No doubt. It'd be my damn pleasure, in fact. You've just gotta do me one little favor. Okay. Oh, yeah? And what's that? All you gotta do? Join me in this delicious bath. And take a frickin' load off. Oh. Come on. I can tell you're a bit high-strung. No offense. Come on. Oh, fuck you. I'm not fucking high-strung. No hard back, friend. Just suggesting a nice bath. A little break to recharge. Then I'll help with whatever you need. I don't know what you're talking about, friend. Just get in the bath, Benny Hunter. Oh, my God. That's not really, right? Yeah, that's the spirit. Let's relax a bit, baby. Oh, my God. You look a bit stressed to me. Hey there, Pseudo here. I'm gonna go ahead and give you a little God of lore-style tip that just give me a little God of lore-style tip that just give me a little God of lore. No way? Uh-uh. You're still all tense. I'm not happy if you get away from the side of the longer bath. Get out, Gater, you. Get out, Gater. Get out, Gater. Get out, Gater. Oh, yeah. You almost died. I had to save your ass. Guess the bath is poisonous to your species. I didn't know, why the hell did you say something, you son of a bitch? Haha. I scared the shit out of me. I don't want to watch somebody die in my bath. That's bad vibes. Bad, bad vibes, baby. Enough of this shit. Are you gonna help us or what? Oh, yeah, yeah. Absolutely. Absolutely. I'm just feeling a little itchy right now. Why don't you leave those parasites on me? You know, see those little fuckers sucking on me right there? Ah, those bastards, just shoot them off and then I'll help you. Anything you want. Ach, you fucking pisser shit. Fine. Bounty hunter, do what the big man says. Come on, just think of the best of a bear. There's not too many. Irgendwie is that. Oh, yeah. That did the trick. Thank you. Thank you. Okay. Now you help us get the Muxlon HQ, right? Sure, sure. One second. I just, um, you know, I'm a little embarrassed to ask, but can you clean a few more of those parasites off me? There's a whole bunch on my back. Just head around. Are you fucking kidding me? What? Look, I'll help you. I said I'm gonna help you and I'm gonna help you. I'm not a liar. You can trust me. It's just this one last quick favor. Just do it. Hey, if you don't mind, please don't take too long. Give a little self-conscious about that. Oh, my God. Fuckin' hell, I swear to God, you're... Fine, we'll do it. We'll clean your back. And then you'll help us. Of course, absolutely. Bathmans promise. Thank you. I mean, and please, don't judge my naked body. Ja, der sieht ja lecker aus. Oh, die Eiterpickel wegmachen hier. Oh, that feels nice. Woo! Where'd you learn to shoot like that? Good work, Tane. Keep it up. I'd help if I wasn't annoyed. I really, I really would. I'm not just saying that. Oh, you think I can't feel that? Ah, quit sliming me, asshole. Oh, I'm in heaven. Oh, wow. I feel so amazing. Oh, it's like my back can finally breathe again. Oh, man, thank you so much. I don't know how I can ever repay you. I do. Help us get to Muxelon HQ. Right fucking now. Sure, of course. Why don't you pop back over to my front side, huh? I can't keep talking to you over my shoulder like this. That's for sure. Okay, also das mit dem God of War war wahrscheinlich... Not good. Get out. Hey, there you are. Yeah, yeah, shut up. Now help us already. I can actually throw you at me. Absolutely. Super easy. Good. Just one last thing. Just one last thing. And I'm even more embarrassed about this, trust me. But, gosh, I really need you to clean off my ass. Right through this cave here, please. No, no way. No more. We've done enough. Look, I get it. You have. And I appreciate that. But just clean my ass first. I won't be able to concentrate on helping you until my ass is clean. Jesus fucking Christ. Just do it, Benny. Let's just get this over and done with. Just do it. Oh, you're a freaking angel. You know that? Well, my ass is right through that tunnel. Just head down there and bang. There it is. Huge ass. And bang. And then it's also already there. And then everything is good. And then they're the best friends. That's how it's like with the proctologian. A friend to be. Nothing now, man. Thank you so much. Hey, good luck down there. Cleaning my ass. Really nice to see you again, partner. You've been hiding from me. I hope, that the shotgun is here very good for Nahkampf. What? What the? What the? What the? What? Making your way through a cave to a butt takes everything you got. Taking a break from an assless life sure would help a lot. Wouldn't you like to see an ass? Sometimes you want to go where you can drink under an ass. And it's a parody of Cheers. Sorry that last part didn't rhyme. Just wanted to mention Cheers. Just making sure you know this is a Cheers parody. Also, Frasier's in this one too. We didn't even ask. We're just using Frasier illegally. What the hell do we have here? So tell me. How's the wife doing, Gorm? Well, Sam, if I knew that, maybe she'd stop yelling at me to listen to her better. What the hell is this? Well, I'll be. If it is in our old friend, the bounty on her. Huh? We've never been here before. Sure you have. Wir sind in einer Sitcom gelandet. Okay, also mit diesen... Mit diesen Eindrücken... ...if they want to get chicks. Sheesh. You got any baby oil I can rub on myself then, Zam? Sorry, Gorm. I just used the last drop we had back here. I'm getting lucky tonight. Ugh, men. You know, I was reading some Foucault the other day that suggests women slugs are attracted to shiny man slugs because of the similarity and thus welcomed familiarity to their own glistening wet undercarriages. I don't think my wife's undercarriage has ever been any of those things, Doc. Go on, Big Shot. Take a shot. You gonna down that sucker or what? What's wrong? Too much of a big shot now to do shots with us? Also, bevor ich jetzt diese blaue Pille oder was auch immer das für eine Pille ist, nehme, machen wir hier einen Cut. Denn das muss ich erst verarbeiten. Wow. Okay. Wir sind ein bisschen langsamer unterwegs, aber ich glaube, wir nehmen viel mehr mit von der Story, von dem Spaß, von dem Witz. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Hi on Night Heap und wir sehen uns zur nächsten Folge ebenfalls hier auf dem Kanal. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure, euer Exokron. Mein Gott. Ami? Eure, euer Exokron. 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 Vielen Dank.